Hallo und Willkommen zum Video Lernzyklus Maßstab. In diesem Lernvideo geht es darum, dass du dann auch Angaben in einem Plan oder einer Karte in reale Längen umrechnen kannst. Umgekehrt kannst du dann auch reale Längen in Planangaben umrechnen. Bevor wir mit der ersten Aufgabe starten, machen wir noch einen kurzen Sicherheitscheck. Weißt du schon, was ein Maßstab eigentlich ist und wofür er benötigt wird? Dann stoppe das Video kurz und schreibe deine Antwort auf diese Frage auf einen Zettel auf. Hier ein kleiner Tipp. In deiner Antwort sollten die Wörter Maßstabszahl, kleiner Maßstab, großer Maßstab und verkleinern vorkommen. Wenn nicht, dann schau dir besser nochmal das Intro-Video zum Thema Maßstab von mir an. Lösung Deine Antwort muss nicht genau ident mit meiner Musterlösung sein, jedoch sollte sie ähnlich sein. Einen Maßstab verwenden wir zum Verkleinern von Objekten oder Strecken, damit sie auf eine Karte oder einen Plan passen. Die Maßstabszahl gibt an, wie stark verkleinert wurde. Ist sie groß, so ist der Maßstab klein. Ist die Maßstabszahl klein, so ist der Maßstab groß. Also, lass uns loslegen mit dem Lösen der ersten Aufgabe. Kennst du noch Katharina aus dem Intro-Video? Wenn nicht, dann stelle ich sie dir jetzt vor. Das ist Katharina. Katharina möchte in den Urlaub fahren. Am liebsten würde sie eine Weltreise machen, um alle Sehenswürdigkeiten der Welt einmal zu entdecken. Nur hat Katharina leider nicht so viel Zeit. Deswegen macht sie einen Tagesausflug mit ihrem Freund Lukas in den Miniaturenpark Minimundus nach Klagenfurt am Wörthersee. Erste Aufgabe Lukas Oma wohnt in der Nähe von Klagenfurt in einem Ort namens Moosburg. Er möchte herausfinden, wie viele Kilometer es von seiner Oma nach Klagenfurt sind. Auf der Karte misst er eine Entfernung von 2 cm. Die Karte ist im Maßstab 1 zu 700.000. Wie weit ist die Entfernung von Lukas Oma nach Klagenfurt? Stoppe hier kurz das Video, wenn du alleine rechnen willst. Rechnen wir gemeinsam. Die Maßstabszahl ist in unserer Aufgabe die Zahl 700.000. Die gemessene Länge auf der Karte beträgt 2 cm. Nun müssen wir also 700.000 mal 2 cm rechnen. Da kommt als Ergebnis 1.400.000 cm heraus. Das sind aber viele Zentimeter. Diese Längenangabe ist nichts anderes als die reale Länge in Zentimeter. Also sind es 1.400.000 cm von Lukas Oma bis nach Klagenfurt. Um uns diese Länge besser vorstellen zu können, rechnen wir diese Längenangabe noch in eine andere Maßeinheit um. Was wäre denn deiner Meinung nach eine geeignete Umrechnung? Ich würde die Längenangabe in Kilometer umrechnen. Also 1.400.000 cm sind gleich 14.000 m sind gleich 14 km. Wir schreiben also noch einen Antwortsatz. Die Entfernung von Lukas Oma nach Klagenfurt beträgt 14 km. Halte hier kurz das Video an und gehe nochmal die Rechenschritte langsam durch, wie wir von den 2 cm auf der Karte zu den 14 km in der Realität gekommen sind. Versuche dann in deinen eigenen Worten eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu schreiben, wie du die Angaben in einem Plan oder einer Karte in reale Längen umrechnest. Schaffst du es? Dann schau dir das Video weiter an. Wenn nicht, dann schau dir besser diesen Teil des Videos oder das Intro-Video nochmal an. Halten wir kurz fest. Ich rechne eine Planangabe in eine reale Länge um, indem ich die Planangabe mit der Maßstabszahl multipliziere. Dieser Zusammenhang ist sehr wichtig. Deswegen habe ich es hier nochmal als Schaubild für dich dargestellt. Ich rechne eine Längenangabe einer Karte oder auch Planangabe genannt in eine reale Länge um, indem ich die Planangabe mit der Maßstabszahl multipliziere. Aber wie funktioniert das umgekehrt? Schauen wir uns dazu die zweite Aufgabe an. Katharina freut sich so sehr auf den Ausflug in den Miniaturenpark und möchte deswegen ein Modell des Eiffelturms erstellen. Sie recherchiert im Internet und findet heraus, dass der Eiffelturm in der Realität 300 Meter hoch ist. Sie möchte, dass 1 cm in ihrem Modell 6000 cm in der Wirklichkeit entsprechen. Überlegen wir uns das einmal ein bisschen genauer. 1 cm in ihrem Modell sollen 6000 cm in der Wirklichkeit sein. Das entspricht einem Maßstab von 1 zu 6000. Nun wollen wir ja von der realen Höhe auf die im Maßstab verkleinerte Höhe des Modells kommen. Dafür müssen wir die Höhe des Eiffelturms auf Zentimeter umrechnen. Also 300 Meter sind 30.000 cm. Überlegen wir uns jetzt, wie oft wir 6000 cm in 30.000 cm hineinbekommen. Das ist eine Division. 30.000 dividiert durch 6000 ist gleich 5. Also muss die Höhe des Modells 5 cm betragen. Halte dieses Video kurz an und überprüfe das Ergebnis, indem du deiner Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Umrechnen von Angaben in einer Karte in reale Längen folgst. Stimmt das Ergebnis? Versuche dann in deinen eigenen Worten eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu schreiben, wie du reale Längen in einer Planangabe umrechnest. Schaffst du es? Dann schau dir das Video weiter an. Wenn nicht, dann schau dir besser diesen Teil des Videos nochmal an. Wie die umgekehrte Richtung funktioniert, haben wir jetzt auch schon herausgefunden. Ich rechne eine reale Längenangabe in eine Planangabe um, indem ich die reale Länge durch die Maßstabszahl dividiere. Auch dieser Zusammenhang ist sehr wichtig. Deswegen habe ich es auch hier nochmal als Schaubild für dich dargestellt. Ich rechne eine reale Längenangabe in eine Planangabe um, indem ich die reale Länge durch die Maßstabszahl dividiere. Teste abschließend dein Wissen zu diesem Video mit diesem kurzen Quiz. Bei jeder Frage gibt es zwei Antwortmöglichkeiten. Notiere dir den Buchstaben, der bei deiner gewählten Antwort in Klammer steht. Alle Buchstaben zusammen ergeben am Schluss ein Lösungswort. Stoppe also das Video und vervollständige die Sätze. Toll gemacht! Das Lösungswort ist gut! Das war's von mir mit dem Basic Video zum Thema Maßstab. In den Mastery Videos löst du ähnliche Aufgaben ganz alleine. Aber keine Panik, ich helfe dir und gebe dir Tipps. und das ist etwas, was es möglich. Und dann jetzt, das ist ein großes, was du lächst.